Bei nächsten Abospecial verlose ich eine 20 Euro Steam Karte, eine 15 Euro Google Play Karte, eine 15 Euro iTunes Karte und eine 15 Euro Xbox Karte. Womit zu verweisen, dass ich das Ganze noch nicht ausgenutzt habe, zeige ich mal kurz eine Stelle auf der Karte. Hier hinten habe ich noch nicht geschobt, das heißt also ihr könnt diese Karte immer noch gewinnen. Und beim Spiel teilen wir müssen einfach den Kanal abonnieren, auf die Glocke drücken, das Video positiv bewerten und in den Kommentaren schreiben, welche Karte ihr gewinnen wollt. Ihr dürft das Ganze nur einmal machen und nur eine einzige Karte auswählen. Ich wünsche euch viel Erfolg.